Wie der Karte sich heute entscheidet, hoffen Sie sich entscheiden und nicht nur beim letzten Mal das sehr unentschieden gezinkt hat. Das wäre ja heute. Ne, jetzt nicht. Okay, dann jetzt noch einmal ganz kurz. Okay, dann fangen wir jetzt mal an. Ist es denn scharf? Zufall. Ich glaube, der macht auch die Abwahl. Ja. Ja, von meiner Seite aus habe ich halt die Biegung. Man holt es jetzt aber verdächtig schnell. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Klarer Fall. Klarer Fall für. Also ich glaube, der hat es ja wohl schon so. Ich weiß nicht, ob das ist. Ja, ja, ist schon weg. Ja, ist schon weg.